Wir waren für unser Projekt in einer Senioren-WG. Wir haben uns dort umgesehen und da auch unsere Projektpartnerin kennengelernt. Hallo, ich grüße euch. Ich heiße Martha, bin Leitung einer Seniorenlohngemeinschaft in Neukölln und bin sehr froh, dass ich an diesem Projekt teilnehmen darf. Dabei ist es uns aufgefallen, dass die Pfleger die Betreuten immer wieder hochheben müssen aus ihrem Rollstuhl, um sie dann auf einen Stuhl zu setzen. Dabei ist es wichtig, dass der Stuhl keine feste Armlehne hat, damit die Betreuten seitlich auf den Stuhl gesetzt werden können. Dafür sind bereits neue Rollstühle mit Klapplehnen bestellt worden. Leider sind die vorhandenen Stühle damit nicht kompatibel. Allerdings ist es jetzt gefährlich, dass die Personen weiter fallen und auf der anderen Seite von dem Stuhl nach unten fallen. Daraufhin haben wir erste Versuchsmodelle angefertigt. Damit die Bewohner die Läden annehmen, mussten wir erreichen, dass sie ihnen zu 100 Prozent vertrauen. Damit die Bewohner die Läden annehmen, mussten wir erreichen, dass sie ihnen zu 100 Prozent vertrauen. Deshalb war uns wichtig, dass die Läden eine größtmögliche Stabilität ausstrahlen und sich die Leute darin auch sicher fühlen. Ja, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ja. 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 Draai. Ja. 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 Vielen Dank.